36 cm großer Kano Goschki aus der Linie Kano Goschki. Der Fisch mit ein bisschen aufgeweichtem Rot hier an der Schulter. Ihr seht, das Mausgrau vom Goschiki kommt jetzt schon durch die Unterhaut durch. Rotaufteilung ist gut, Größe ist, ich würde mal sagen, normal für zweijährige Goschiki. Wird noch mehr und mehr grau werden. Und dann bei der Außenhälterung im nächsten Sommer wird er auch mehr und mehr schwarz werden. Das haben wir schon bei ganz vielen Goschiki dieser Linie hier in unseren Breiten erlebt. Vor zwei Jahren hatte ich einen super Lauf mit Goschiki. Da hatte ich auf Nisai mit 60-65 cm ihre gute große Tiere. Die waren auch als Nisai auch bei der Größe noch sehr schön hellgrau. Mag nicht jeder. Die meisten suchen nach einem Goschiki, der richtig schwarz ist mit Rot. Ich persönlich finde dieses Grau mit Rot sehr viel ansprechender und sehr viel gegler. Aber gut, ist geschmackssaber. Der hat sich runtergebracht, ist interessant. GT, ne, KT, KT4.